Also wir haben da heute den absoluten Risotto-Gratinier-Wahnsinn fabriziert und wenn ihr wissen wollt, was wir da gemacht haben, dann schaut es euch jetzt an. Grüß euch bei Natürlichgekocht. Wir befinden uns so ein bisschen am Ende der Spargelzeit. Für mich persönlich die fünfte Jahreszeit, weil ich liebe Spargel. Und die klassischen Spargelregionen in Österreich sind eigentlich so das Machfeld und der Osten Österreichs. Allerdings gibt es auch in Salzburg einen Spargel und das ist eine ganz interessante Geschichte, nämlich der Philipp, der baut grünen Spargel an und das ist eigentlich für Salzburg ja fast ein bisschen eine Sensation. Weil qualitativ schaut der unglaublich gut aus. Wie aufwendig ist das eigentlich, Spargel anzubauen bei uns da? Ja, zum Anfang ist es auf jeden Fall mal mehr ein Aufwand. Ich habe mir die Platzer überzogen, das dauert dann schon mal zwei Jahre. Also muss man einsetzen und dann noch zwei Jahre stehen lassen, bis man überhaupt einmal beernten kann. Da vergeht dann schon halbwegs eine Zeit und braucht natürlich währenddessen die ganze Zeit Pflege auch. Also das muss ja richtig Freude machen, oder? Wenn das dann nach zwei Jahren funktioniert. Ja, das hat mir super getaucht, wenn man das erste Mal beernten kann. Und dann sieht man wirklich, dass man einen Ertrag auch hat, dass das funktioniert. Das ist super. Und den darf man ja dann auch nicht zu lange wachsen lassen, weil sonst ist das ja schlecht für die Qualität, oder? Wenn es warm ist, wächst er mindestens zehn Zentimeter am Tag, sage ich jetzt einmal. Und wenn es ein bisschen zu groß wird, dann fangen wir natürlich gleich mit einem Unterenteil, dass es ein bisschen holzig wird. Also darf man nicht übersägen. Und wie ist das mit der Bodenqualität? Also die ist ja anscheinend optimal da? Ja, das habe ich auch nicht gewusst, ob das funktioniert. Wir haben recht schwere, lehmige Böden. Und der Grün-Spargel, der vertrockt das offensichtlich. Und eine Staunässe haben wir keine. Und die Rückmeldung von den Kundschaften war recht positiv. Also geschmacklich, basta, sage ich einmal. Wie ist denn das energietechnisch beim Spargel? Braucht er auch großartig zusätzliche Energie, oder? Der Spargel in dem Sinne nicht erst zur Kühlung braucht man natürlich. Kann man nicht lang lagern, muss auch optimal gelagert werden. Wie ist das bei eurem Betrieb generell? Wie handhabt ihr das aktuell mit der Energie? Ja, wir haben uns erst eine Photovoltaikanlage installiert. Ziel ist, dass wir natürlich energieautark werden. Und jetzt kann ich mal einen Großteil selber abdecken. Wir sind in erster Linie mal dran gegangen, dass wir mit der Kühlung im Sommer selber einen Strom verwenden können. Da eignet sich das dann optimal. Wenn es eben warm ist, dann haben wir einen Strom. Dann kann man das gut ausnutzen. Und der schaut ja wirklich super aus. Also die sind ja perfekt eigentlich für einen Spargel. Genau. Und ich brauche da auch ein bisschen einen. Darf ich von dem ein wenig was mitnehmen? Ja, ich bediene die. Perfekt. Dann riechen wir uns ein wenig was zusammen, oder? Passt, ja. Wir besorgen uns jetzt noch ein gutes Olivenöl. Und zwar haben wir in Salzburg da einen Vorteil. Nämlich wir haben den führenden österreichischen Spezialisten für Olivenöl, nämlich den Heinrich Zehentner, da bei uns. Und den werden wir jetzt besuchen und schauen einmal, was er uns über Olivenöl erzählen kann. Heinrich, servus. Grüß dich. Servus, Marc. Und zwar, ich bin heute da bei dir für Olivenöl. Und wir machen heute Risotto mit Fregula Sada und frischem Spargel, Salzburger Spargel. Und was würdest du da jetzt genau für uns empfehlen für heute? Ja, also zu Gemüse, Spargelgerichten, Pasta passen eigentlich schöne grünfruchtige Öle. Und da würde ich dir das hier empfehlen vom Gardasee. Nicht nur die Farbe ist so schön grün, es ist ein grünfruchtiges Olivenöl, das perfekt zu Spargel, zur Pasta passen würde. Rehnsortig, ohne Kern, die pure Frucht, das ist Olivenöl als Gewürz. Das gibt man auf die fertige Speise, so wie Pfeffer und Salz. Was würdest du jetzt sagen, macht für dich persönlich das perfekte Olivenöl aus? Es gibt eigentlich drei Begriffe. Fruchtigkeit, Bitterkeit und Schärfe. Ein Olivenöl, ein gutes, es muss immer eine frische, positive Frucht da sein. Es muss frisch sein. Es kann der ganze Gemüsekorb sein. Das sind eigentlich drei Sachen, die ein gutes Olivenöl auszeichnen. Mythos Braten mit Olivenöl. Also ich persönlich bin ja der Meinung, man darf braten mit Olivenöl. Wie denkst du da drüber? Jetzt werden viele erstaunt sein. Mit hochwertigem Olivenöl, auch mit externativen, kann man bedenkenlos braten, wenn es filtriert ist. Und hochwertige Olivenöl sind immer filtriert, 8.220 Grad. Die gesundheitlichen Inhaltsstoffe, die Polyphenole, die Antioxidant sind bis 180 Grad Hitzebeständig. Also der ganze Mittelmeerraum kocht mit Olivenöl seit 2000 Jahren. Und ja, sind vielleicht sogar in Sachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen die gesündesten Menschen. Was ist beim Olivenöl jetzt für dich die optimale Pressung? Ja, die Veranelli-Methode ist ja vor 20 Jahren entstanden, da bin ich ja ein großer Fan geworden. Und bei der Veranelli-Methode werden rein sortige Öle gemacht. Es gibt ja über 700 Sorten, Italien hat 500. Jedes Ort, das schmeckt anders. Und was noch dazukommt bei den Motoren, das haben schon die Römer gemacht, der Kern kommt raus. Es wird bei Olivenöl, das ist ein Fruchtsaft, kommt vom Fruchtfleisch. Und ohne Kerz wird sich noch Sorten betont, noch fruchtiger. Das ist Gewürz, das gibt man wie Pfeffer und Salz, um die Speise noch zu verfeinern. Zum Beträufeln am Schluss, ja, so quasi. Als Würzung. Und genau diese Öle passen perfekt zu Gemüse, zur Pasta und so weiter und das würde ich dir empfehlen. Super, perfekt, dann können wir direkt losstarten mit unserem Risotto. Hi, Martina. Ja, hi Markus. Grüß dich. Einen Bund frischen Salzburger Spargel. Der schaut ja wunderbar aus. Ja, das ist einmal ganz was Neues. Absolut. Und ein gutes Olivenöl zum Verfeinern von einem Olivenöl-Spezialisten. Das nehmen wir dann zum oben drüber geben, denn wir machen heute Risotto. Und ich habe gehört von dir, du bist beim Risotto sehr bewandt. Das heißt, du machst ja da viele Varianten. Bei uns ist das Risotto ein totales Familienessen, das uns eigentlich so durchs Jahr begleitet. Und je nachdem, was für eine Gemüsesaison hat, lässt sich das auch perfekt variieren. Das Getreide selber, da wechselt die auch total gern durch. Also neben einem klassischen Risotto-Reis gibt es das auch mal bei uns mit Dinkelreis immer ein Korn. Also es ist wirklich eine Spielwiese an Varianten, wie man Risotto auf den Tisch bringen kann. Ja, und heute haben wir ja noch einmal eine Draufgabe. Das heißt, wir haben heute die Fregola Sarda. Das ist eine sardische Pasta. Das heißt, das ist natürlich kein Reis, aber man kann es zubereiten wie Risotto. Und das ist eigentlich dann das Lustige an der Geschichte. Das ist nämlich eine sehr dankbare Geschichte. Das ist unzerstörbar auf gut Deutsch. Das heißt, man kann mit dem eigentlich mehr oder minder nichts falsch machen. Weil die tut man ein bisschen vorkochen, dass die schon einmal so grundgar ist. Und dann hat man natürlich beim Risottokochen nicht mehr den großen Aufwand, dass man ständig dabei stehen muss. Und in unserem Fall heute eine geröstete Variante. Das gibt es auch ungeröstet. Die finde ich aber ganz toll, weil die nämlich mit dem Rucola, den wir heute verwenden, dieses nussige, röstige, wunderbar zusammenpasst. Und es hat den Vorteil, dass es seine Konsistenz so gut hält, dass wir es auch noch gratinieren können. Und das ist dann einmal eine ganz andere Art von Risotto. Und wenn man natürlich jetzt die Pasta in unserem Fall so lange kochen muss, dass das 15 Minuten kocht, dann ist natürlich das Wichtigste als Energiespartipp der Deckel muss drauf, nämlich beim Aufkochen und beim Kochen. Weil das macht am meisten Sinn und so spart man auch wirklich ordentlich was an Energie. Ich habe auch schon gesehen, du hast eine Hühnersuppe. Ich habe schon eine kräftige Hühnersuppe vorbereitet und zwar haben wir ja am Bauernhof unsere Hühner. Und am Ende, wenn sie dann nicht mehr Eier legen, werden sie dann zu wertvollen Suppenhühnern. Und ich koche die Hühnersuppe immer mit sehr viel Wurzelgemüse ein. Und es gibt dann eine ganz kräftigende, stärkende Suppe. Und die ist gerade perfekt zum Aufgießen für Risotto aller Art. Genau, ist ja klassisch. So, die kocht jetzt 15 Minuten. In der Zwischenzeit können wir jetzt unseren Ansatz fertig machen. Das heißt, unsere geschnittenen Schalotten tun wir jetzt in ein bisschen Tafelöl oder Olivenöl glasig anschwitzen. Zudem geben wir dann ein bisschen eine Safranfäden dazu, damit das eine schöne leichte gelbliche Farbe kriegt. Und löschen das dann ab mit unserem Weißwein. Reduzieren das ein, bis der Alkohol verkocht ist. Und gießen das Ganze dann mit einem guten Teil von unserer Hühnerbrühe auf. Und somit ist unser Ansatz dann bereit für die Pasta. Oh, die schaut gut aus. Die ist schon super schön aufgegangen. Also die ist fertig. 15 Minuten sind wir jetzt rum. Jetzt können wir die gleich in einem Sieb abgießen. Haben wir vorbereitet, Markus? Genau. Im Prinzip ist das jetzt einmal alles vorbereitet. Aber das Wichtigste, was wir jetzt noch brauchen, ist unser Salzburger Spargel. Probier den einmal. Ich finde das genial. Frische geht nicht, oder? So ein junger, grüner Spargel. Das ist einfach genial, gell? Die frische, was erbsig ist. Total fein. Spargel gehört zu den Spargelgewächsen. Und er ist eine Kulturpflanze und wird seit ungefähr dem 16. Jahrhundert bei uns angebaut. Er ist eine absolute Entschlackungspflanze. Er wirkt positiv auf Blase, Nieren und Leber. Außerdem soll er noch den Stoffwechsel anregen, unser Blut reinigen und er soll sogar Blutdruck senken. Besonders hervorzuheben ist die Asparaginsäure. Das ist eine Aminosäure und die ist beteiligt am Harnstoffzyklus. Das wirkt handtreibend und man riecht es dann auch nach dem Verzehr von Spargel im Urin. Außerdem ist er ein ganz toller Vitaminkocktail. Er hat zusätzlich noch Mineralstoffe enthalten, wie Phosphor und Kalium. Das ist sehr essentiell für unsere Muskeln und für unsere Nerven. Er hat auch noch Saponine enthalten und die fördern die Produktion des Hormons Cortisol. Somit ist Spargel auch ein absoluter Muntermacher. Im Spargel ist er noch Inulin enthalten, Schwefel, Bitterstoffe und Folat. Er hat aber auch Purine enthalten. Das heißt, Menschen, die zu Gicht neigen, sollten Spargel eher vermeiden. Der grüne Spargel wächst oberhalb von der Erde und durch die Photosynthese bildet er das Chlorophyll aus. Und darum ist er so schön grün. Auf diese Art und Weise hat er auch noch wesentlich mehr positive, gesundheitsförderliche Inhaltsstoffe als der weiße Spargel. Und unseren Spargel brauchen wir jetzt nur noch schneiden und geben den jetzt dann quasi mit der Pasta in den Ansatz. Und dann fangen wir an zum Risotto kochen eigentlich, so wie man es kennt. In Schritten Parmesan und Butter, bis es cremig ist, geben wieder Fond dazu, bis es wieder sich bindet und emulgiert. Dann wieder Parmesan, wieder Butter und das Ganze machen wir so lange, dass das eine Konsistenz kriegt, wo es noch nicht ganz fertig ist. Also nicht quasi zum Anrichten fertig, sondern so, dass wir es aber dann noch gratinieren können. Jetzt habe ich aber beim Rühren nochmal ein bisschen Zeit. Jetzt möchte ich mal fragen, was ist denn so dein Energiesparzugang bei dir daheim? Also was wir ganz konsequent machen, ist immer Licht aus, wenn man es nicht braucht. Dann haben wir eigentlich überall die Elektrogeräte noch an so Steckdosenleisten mit Kippschalter, um eben Standby-Modus auszuschalten. Die andere Finale würde ich sagen, wir sind jetzt soweit. Jetzt haben wir schon eine super Konsistenz erreicht. Das heißt, wir können jetzt eigentlich abschalten und das in unsere Form abfüllen. So, jetzt ein bisschen Parmesan-Sauerei. Und ich glaube, wir sind jetzt bereit für den Gratinier-Wahnsinn. Ich glaube auch. So, und fertig ist unser gratiniertes Risotto. Bitte, wie geil schaut denn das aus? Ein Gedicht der Risotto. Und jetzt brauchen wir noch unseren Rucola, weil der ist ganz wichtig für das Gericht, weil der nämlich diese Frische gibt. Rucola gehört zu den Kreuzblütengewächsen und er kommt ursprünglich aus der mediterranen Gegend. Und so wie in allen Kreuzblütengewächsen sind Senföle enthalten. Und die wirken gegen Bakterien, Viren, Pilze, aber auch gegen Entzündungen. Er hat vor allem ganz viel Vitamin K enthalten. Das ist toll für unsere Knochen, super für ein schönes, sauberes Blut, aber auch gut für die Arterien. Er hat auch ganz besonders viel Vitamin C enthalten. Mehr als wie in Zitrusfrüchten. Somit ist er toll für unser Immunsystem. Außerdem hat er noch Carotinoide enthalten, Vitamin A und Mineralstoffe. Rucola war schon im alten Griechenland und im alten Rom ein Heilkräutlein gegen Entzündungen. Aber auch durch die enthaltenen Bitterstoffe galt er als Mittel bei Verdauungsbeschwerden. Also ein Rucola finde ich perfekt dazu, weil zum einen bringt er einfach die Frische mit rein und auch das Knackige. Und das finde ich einen total schönen Gegenpult. Und auch noch mal so ein bisschen einen Schärfe-Kick, wenn er ganz frisch ist. Da darf man ruhig ein bisschen was drauf geben. Das hat dann auch noch so ein bisschen eine nussige Note. Eine ist auch noch mal richtig fein, passt wunderbar dazu. Und zu guter Letzt unser Olivenöl zum Verfeinern, weil das braucht es wirklich nur obendrauf als geschmackslos. Olivenöl wird aus den Früchten des Olivenbaums gewonnen. Der Olivenbaum gehört zu den Ölbaumgewächsen und die Früchte sind Steinfrüchte. Roh sind Oliven ungenießbar, erst durch die Behandlung werden sie essbar. Grüne Oliven, das sind die unreifen, und schwarze Oliven können am Baum bis zum Schluss ausreifen. Olivenöl hat dann die tausend verschiedenen biologisch wirksamen Inhaltsstoffe. 80% einfach gesättigte Fettsäuren und 8% mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Dazu gehören Linolsäure, Omega-3-Fettsäuren und Eukosapentainsäure. Es ist bekannt, dass besonders die Zusammensetzung der verschiedenen Fettsäuren und die enthaltenen Polyphenole Olivenöl eine besondere Wirkung auf unser Blut hat. So soll es vor Herzinfarkt schützen und vor Arterienverkalkung vorbeugen, da es unsere Gefäße schützt. Außerdem hat es noch Vitamin E enthalten, das stärkt die Zellmembran, fördert das Zellwachstum und soll auch noch den Alterungsprozess verzögern. Olivenöl wirkt sich auch positiv auf unseren Cholesterinspiegel aus und kann von unserem Körper vollständig aufgeschlossen werden. Daher ist es besonders bekömmlich und magenfreundlich. Das Olivenöl on top, das grönt das ganze Gericht jetzt eigentlich noch einmal, gell? Ja. Das ist jetzt noch einmal die Draufgabe und ich glaube, jetzt können wir auch. Dirk, wo bin ich schon so einen Hunger? Geil. Fantastisch. Echt super. Und mit dem Käse und mit dem Rucola, das Nussige, das Olivenöl. Herrlich. Und der Safran mit drinnen. Und wenn euch das heute gefallen hat, unser Risotto-Wahnsinn auf die andere Art, dann da klickt.